Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PeelsmeetTV, heute mit dem Bram, dem Christian und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und es ist wieder Zeit für Unusual Memes und zwar heute die Nummer 192. Mit einem Affen, eines Känguru. Fuck, es fehlt Jonathan, er hätte es auf jeden Fall falsch eingeschätzt, ja Känguru oder sonst irgendwas. Das ist jetzt traurig, jetzt bin ich sad. Ich glaube, das ist ein Jaguar. Ein Tiger. Was ist das Wasser? Sehr gut. Dieser Ausdruck von Ismei, geil, war so schön. What the fuck? Oh mein Gott. Das ist geil, das kenne ich, pass auf. Das geht eigentlich länger. What the fuck? What the fuck? Das wäre vielleicht mal lustig für so ein Video, wenn man sowas machen würde. Mit so einer riesen Tastatur einfach. How does Rike spielen? Weh, 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 weh. Alter, wie drückst du denn da zwei Tasten? Äh. Ja, moin. Ja, okay. Wer hätte das gedacht? Hm, was hat dieses Kanickel da nur getan? Same day delivery getting out of hand, okay. Nice. Ja, okay. Alter, what the fuck? Das ist ein Rasenmäher. Das ist ja mega gut. Oh mein Gott. Okay, geil. Okay, nice. So, Auto so machen, ich machen so, aber... Unfall. 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 Wow! Wow! You okay? That's not. Oh nein. What the fuck? Not good. Wow, oh mein Gott. Uff, kein Glastisch. Niemals. High Contact Practice. Willst du mich verarschen? Ja, weil dir sitzt doch gar keiner gegenüber. Also, das funktioniert doch so nicht über ein Video. Doch, doch. Christian, du kannst, wenn du ein introvertierter Mensch bist, kannst du dir dieses YouTube-Video angucken, wie dich eine Frau anguckt und du musst einfach üben, der Frau in die Augen zu gucken. Ja, aber du sitzt ja gerade keinem Menschen gegenüber. Das Problem ist ja daran, dass ein anderer Mensch um dich rum ist und nee. Alter, es gibt einen Kanal zum Beispiel, der hat Video for Practice and Eye Contact for Difficulty Levels. Was? Shield dann die letzte Difficulty Level oder was? Ich gucke ganz kurz rein, wo der Unterschied ist. Aber genau, was ist denn Nummer 4? Also, ist das nackt oder? Nein, Shield. Du weißt nie, in welches Auge du gucken musst. Auf dem letzten, äh, auf dem vorletzten zumindest sind aber vier Personen. Es gibt tatsächlich einige Leute, die ich mittlerweile kenne, die, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ob das irgendwie eine Krankheit ist oder ob man das kriegt oder whatever, aber die haben so eine Iris-Stellung, die leicht nach innen ist bei einem Auge und dann sieht das tatsächlich aus, als würde man mit einem Auge schielen. Ähm, aber. Alter, die Videos haben richtig viele Aufrufe teilweise. Leck mich am Arsch. 6 Millionen. Alter. 3 Millionen. Das ist aber auch ein ganzer Kanal, der nur solche Videos macht, oder? Mehrere. Ja, aber dass du dann halt auch wirklich auf ein Video 6 Millionen Aufrufe bekommst, heißt ja, Alter, jetzt bin ich da. Wie, darf ich kurz vor, wie lange geht so ein Video? 8 Minuten 20. Was? Ich schicke einfach den Link hier rein. Reden die denn dann auch? Zuschauer, sollen wir mal ein React machen auf ein Eye-Contact-Halten-Video, wo wir einfach alle versuchen, Eye-Contact zu halten? Ja, weißt du, also es ist kein Anstarr-Wettbewerb, man darf ja blinzeln, ne? Ja, ja, nee, auf jeden Fall, ja. Es geht nicht darum, wer zuerst blinzeln muss. Eigentlich muss man immer bereit sein für ein Wettbewerb. Okay, das ist doch viel besser. Das ist doch richtig, das ist irgendwie, weiß nicht, in meiner Welt ist das richtig Fremdscham, das Zweite. Das hat 6,6 Millionen Aufrufe, dauert auch nur 4 Minuten 37. Okay, das hängen wir heute einfach hinten dran. Let's go. Ich gucke dann auch so schüchtern immer weg. Okay, das gucken wir am Ende hier noch, einfach zusätzlich. Okay. Aber in der, warte, warte, in der Werbung wollte mir, die Werbung, die gerade vor diesem Video läuft, wollte die Frau mir gerade erzählen, welchen Fehler Männer immer machen, wenn sie mit Frauen reden wollen. Jetzt weiß ich das nicht. Oh, tut mir leid. Ich kriege übrigens eine Idee für einen neuen Kanal. Wir haben den britischen Akzent. So, nehmt. Hörte sich trotzdem geil an. Das ist aktuell so ein TikTok-Trend, das ist total bescheuert. Sachen kaputt reißen. Ja. Cool. Oh Gott. Oh, das ist immer so. Oh no, das. Oh mein Gott. Mein Gott. Manche Leute sollten einfach keine VR spielen. Ja, ohne Witz. Thank you. Das ist auch so leid zu meinem League of Legends Tournament. Oh. Du fuck. Warum rennen die denn? Du bist ja nicht mehr in der echten Welt. Ey, Peter, die leben, die VR. Immersion wirklich 100%. Das ist schon geil. Wow. Oh mein Gott, ist das süß. Jetzt kommt ein Stripper, oder? Komm schon. Okay. Wieso filmt der? Ich glaube nicht, dass das an Absicht war, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich dachte, das wäre der Tippjar, oder was? Ja, das war so, als wenn das quasi von außen bemalt wäre, oder so. Ja. Oder der hat genau dann gefilmt, weil die nicht vorher abgesprochen haben. Aber dann glauben wir mal nicht. Nein. Nein. Was? Ja, er hat immer das gleiche wiederholt. Okay. Okay. Da, 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 da. Hat die gebrochenen Finger? ich glaube schon dachte erst das wäre so ein finger ich habe es auch nicht verstanden ich habe es auch nicht verstanden was? WTF? oh 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 nein oh nein oh nein oh nein oh nein oh nein Angriff was hat das? was hat das? was hat das? I think that life is like life is what it is but life is not what's made of what's life was ja oh 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 hat er erstmal nicht registriert das finde ich auch gut oh 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 das schwerste Hindernis auf dem Platz bei uns ja guck mal das ist doch schon scheiße what the fuck no yo what's up bro it's been a while how's it been man what's up oh das ist auch immer geil finde ich ja ich werde die leute sich da erwarten wiii baum gegen achse ja baum hat gewonnen oh no ja genau wenn aber diesen wwe kommentar dabei dann immer ganz schön haha was war denn der letzte clip bitte naja der ist eingebrochen achso ok ja gut ok jetzt bin ich hyped auf die auf die geile compilation was hat denn da eine hand auf die auf den eye contact practice das ist doch eine mini mundharmonika oder ja ja will ich auch sagen komm schon haha 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 jetzt puste da durch oh mein nein christian nein eat it haha eat it grandma ja aber hat oma das immer gesagt video for practicing eye contact trip advisor äh Daniel trip advisor trip advisor trip advisor benutze ich auch alter was ist denn das für eine laute mugge ok warte für mucke gerade lief mucke ok seid ihr ready ja da läuft bestimmt so beruhigende musik ok ich hab schon nicht eye contact gehalten weil ich hab musikleiser gemacht ja Peter das ist ja kein anstar wettbewerb wenn du leuten gegenüber sitzt mit denen du dich unterhältst starrst du den ja auch die ganze Zeit die ganze Zeit gerade war da so ein moment wo sie was gesehen hat was sie mochte moment da hat sie runtergeguckt und dann so mhm ja auf deinen Peter ich glaub auch boah boah da hat einer geschrieben i called my mom up and told her about this girl she was so happy for me das sieht gar nicht aus wie 1080p ne da ist vielleicht zu wenig beleuchtet wieso guckst du immer runter ich hab ne Hose an ich bin hier oben weil das so ein schüchterner Blick ist deswegen streichst du dir aber durch die Haare weil das weiß ich nicht weil die Haare im Gesicht sind ich streich mir nie durch die Haare nur durch meinen Bart ich streich mir halt immer durch die Haare weil irgendwann die Haare so Richtung Gesicht wandern und dann ist das warum trägst du nicht so ein Haarreif nein doch hab ich doch an Kopfhörer ja stimmt so ein Mini-Maus Haarreif wäre auch süß tatsächlich bei dem Video mein erster Ding ist so komm sag jetzt sag doch endlich nein aber die hört sehr gut zu guck mal die lacht gerade weißt du eigentlich erzählt es gerade von deiner Morgenroutine meinst du Leute benutzen solche Videos um tatsächlich einen fake sozialen Kontakt zu haben und mit denen zu reden jeder das hat 6 Millionen auf ich glaub da fappen Leute einfach drauf oh Gott es wird neee picture das ist die picture das jetzt warte warte hat ja eigentlich schon mal jemand gesagt der dich öfter mal zu deinen Videos oh erzähl mir mehr ja gleich kommt die lustige Stelle achso das ist geil ich glaub die ist jetzt ein bisschen abgefuckt oder? ja schon so richtig happy ja gehen wir in Richtung Lächeln na doch jetzt haben wir es geschafft Kurve gekriegt jawoll das ist so weird hab ich dir schon mal vom wanky shitdemon erzählt ich möchte dir eine Geschichte erzählen ja ja der wanky shitdemon ich verstehe ja aber warum ist denn da so Musik bei die irgendwie assoziiert als wär irgendwer gestorben vielleicht guckt die ja so wenn einer gestorben ist oh jetzt wirds aber ernst ist doch gar nicht gestorben ist doch gar nicht gestorben ist doch gar nicht gestorben das fand ich nicht lustig wir haben wirklich noch ne Muse ey tut uns leid ist keiner gestorben das war ein Witz alle lieben okay alles ist okay oh man ey das hab ich von der Schicht im Gewissen ey ja ja hoch da geht wieder hoch mit dem Mundwinkel ja ja Kurve gekriegt nochmal ich frag mich um so ein Video aufzunehmen guckst du dir dann von jemand anderem mit einem Video an der was erzählt damit du darauf auch reagieren kannst oder meinst du die guckt halt einfach in die Linse genau die guckt die gerade einfach in die Linse und hat Kopfkino oder so das wäre voll die Challenge für mich einfach in die Linse zu gucken oder irgendwie 5 Minuten die Schnauze zu halten und währenddessen komisch lass dich nächstes mal so ein Video machen wo jeder so 5 Minuten macht ne ja aber du hast ja du hast ja nicht nur 5 Minuten einfach in die Linse gucken genau du brauchst ja auch ähm hier Ausdruck also sie hat ein schönes Lachen genau dann lacht die und jetzt ist wieder Zuhörzeit und ach das hast du gesagt ne und also genau da weiß ich nicht ganz was du meinst ja aber die wird hier lachen nicht ja das ist ein bisschen weird dass man gar keinen Ton hört ja hat die einen Tremor oder so die wackelt so komisch durch den Kopf oh ja hat sie sich grad gedacht hoffentlich ist gleich die Zeit voll dann sind sie tief eingeatmet die hat aber noch nicht weggeguckt die macht auch aber die blinzelt das ist kein Anschein mit mir das ist schon alles weirder Scheiß Alter der hier passiert ich auch schreibt gerne mal in die Kommentare ob wir auch mal so ein Video machen sollen mich letztens noch mit Leuten darüber unterhalten dass ich auf Youtube ja mittlerweile alles kippt aber es überrascht mich immer wieder muss ich sagen ja so also das ist wirklich so dieses so richtig überraschende unter gibt mich zwar nicht aber irgendwie schon genau also so du kannst dir halt sechs Minuten jemanden angucken und dich mit ihm unterhalten okay hier hat man das vom Spiegel gemacht so reden geübt und so damit du dann ja das fandste lustig jetzt eigentlich ein gutes Symbol für unsere soziale Isolierung durch das Internet aber ich sag mal reden üben kannst du da ja immer noch nicht weil du siehst dich ja dann im Spiegel nicht wie du gerade ja es geht ja auch nur darum da tutsch du hinkriegst Augenkontakt zu behalten da habe ich aber tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen auch häufig Probleme mit muss ich sagen ja guck mal da musst du dir mal mehr von dir ja da musst du ja mal hier ist das verbringend also das andere Video hat vier Difficulties ne nur zur Info kannst du die individuell einstehen ja aber manche Menschen finde ich die haben auch einen Blick drauf wo du dann merkst die die gucken hier gerade in deine Seele weißt du und dann denke ich mir so oh oh ja schnell weggucken niemals sollte in meine Seele schauen das war interessant ja hatten wir heute nochmal einen schönen Exkurs hier bei den Unusual Memes Compilations das ist eine faszinierende Geschichte vielen lieben Dank dass ihr heute dabei wart faszinierend bis zum nächsten Mal Ciao